Die Ukraine ist ein Bestandteil Europas. Sie ist Teil unserer Geschichte, Teil unserer Geografie und auch Teil unserer Kultur. Die Assoziierung der Ukraine mit der Europäischen Union ist ein wichtiger Schritt, um neue Produktionsprozesse und moderne Technologien in der Ukraine zu implementieren. Auch im Bereich der Bildung und der Wissenschaft wird es uns voranbringen. Die Ukraine ist ein wichtiger Teil der Europäische Geografie, europäische Kultur, europäische Geschichte und historie. Die Assoziierung der Ukraine ist ein wichtiger Schritt für die neue Technologien. Wir haben auch ein wichtiger Schritt für die Ausbildung und der Wissenschaft und der Wissenschaft. Wir sprechen mit Ihnen mit einer Art und Weise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017